Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Moin und willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zeigen wir euch eine Momentaufnahme des neuen Lindauer Inselbahns. Viel Spaß mit dem Video, Like und Aber nicht vergessen. Ciao. Die Fragestellung, die es selbst an dem Team nach Baden-NCB, überteilt zum Beispiel Kindtruck Luren-Geltier, Bux, Sagan und Zürich, ist auf der zweite Reihe geschickt. Vielen Dank. 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 Applaus ... 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 Ich hoffe es hat euch gefallen, dann lasst ein Like da und abonniert, das wäre fein. Tschau!